Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Review des Fractal Core 3300. Viel Spaß! Das Fractal Core 3300 ist ein sehr neues Gehäuse. Es ist im Juni 2014 erschienen. Preislich befindet es sich im Mittelfeld. Es gibt schon ab 54 Euro. Äußerlich wurde es fast komplett in schwarz gehalten. Die Lüfter und Slotblenden für die Steckkarten sind in weiß. Geöffnet werden kann es ohne Schraubenzieher mittels Rändelschrauben. Auf dem ersten Blick kann man schon sehen, dass es ein Gehäuse ist, das sehr viel Platz für Komponenten bietet. Es ist 46,5 cm hoch, 52 cm lang und 23,5 cm breit. Also ein etwas größerer Midi-Tower. Das Zubehör befindet sich in einem Karton, das mithilfe eines Drahts an der Festplattenhalterung festgemacht ist. Mitgeliefert werden sechs Kabelbinder, genug Schrauben, dass man das Gehäuse mit Komponenten voll machen könnte und eine Anleitung, die mithilfe von Bildern erklärt. Praktischerweise wird ein Adapter mitgeliefert, mit dem man die Mainboard-Abstandshalter mit einem Schraubenzieher festziehen kann. Mit dabei sind zwei Fractal Silent Series R2 140 mm Lüfter. Diese sind vorne und hinten vorinstalliert. Insgesamt hat man vorne zwei, oben zwei, hinten einen, an der Seite einen und unten einen, also insgesamt sieben Plätze für 120 oder 140 mm Lüfter. Das Front Panel ist oben und hat einen Startbutton und einen Restartbutton, eine HDD-LED, Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang und zweimal USB 3. Das Mainboard sollte einen USB 3-Anschluss haben, ansonsten muss man sich einen USB 3 zu zwei Adapter dazukaufen. Die Pisa Express Slotblenden wurden praktischerweise mit Rändelschrauben verschraubt. Das heißt, man muss sie nicht herausbrechen und kann sie später wieder verwenden. Und für einen Grafikkartenwechsel braucht man keinen Schraubenzieher. Das Netzteil wird nach unten mit der Öffnung nach unten eingebaut. Damit zieht es die Luft vom Boden an und gibt sie gleich wieder heraus. Auf den Standfüßen und der Öffnung des Netzteils ist Schaumstoff, damit das Netzteil die Vibration nicht ans Gehäuse weitergibt. Das spart etwas Lautstärke. Am Boden befindet sich für das Netzteil und dem hinteren Gehäuselüfter ein herausnehmbarer Staubfilter. Die Front sieht zwar aus wie gebürstetes Aluminium, ist allerdings nur Plastik. Egal, es sieht nämlich trotzdem sehr wertig aus und ist leichter. Die Frontlüfter ziehen die Luft aus den Luftschlitzen der Seite an. Diese wurden auch mit Staubfilter versehen. Mainboards kann man bis zur großen Größe eATX einbauen. Und es passen bis zu zwei 5,25 Zoll Laufwerke. Die Blenden für die 5,25 Zoll Laufwerke muss man nicht herausbrechen. Man kann also, wenn man das Laufwerk nicht mehr benötigt, diese einfach wieder draufstecken. Die Schiene ist dafür der Festplatten zu installieren. Auf der vorderen Seite kann man bis zu drei 2,5 Zoll Laufwerke, auf der hinteren Seite bis zu drei 3,5 Zoll Laufwerke installieren. Die 3,5 Zoll Laufwerke haben Gummisalz-Abstandshalter, damit sie Vibrationen nicht ans Gehäuse weitergeben. Wer Angst hat, dass deswegen die Grafikkarte nicht passen könnte, kann ich beruhigen. Wegen dem breiten Gehäuse ist zwischen Grafikkarten und Schiene sehr viel Platz. Im Notfall kann man die Schiene auch ganz einfach abnehmen. Hinter dem Mainboard befindet sich außerdem noch Platz für zwei 2,5 Zoll Laufwerke. Wer also nur 2,5 Zoll Laufwerke hat, kann auf diese Schiene verzichten. Grafikkarte passen mit Frontgehäuse-Lüfter mit bis zu einer Länge von 43,1 cm hinein. Damit passen auch die längsten Grafikkarten. CPU-Kühler mit bis zu einer Höhe von 18,7 cm. Also selbst für High-End-Kühler ist genug Platz da. Auch für Kabelmanagement hat man massig Platz. Gute 2,1 cm stehen zur Verfügung, damit kann man auf jeden Fall alle Kabel hintenrum verlegen. Nun zu den Gehäuse-Lüftern. Die Gehäuse-Lüfter haben einen 3-Pin-Lüfter-Anschluss, lassen sich also nicht über PWM steuern. Sie haben eine Startspannung von 3,5 Volt und drehen damit mit 272 Umdrehungen pro Minute. Bei vollen 12 Volt verbrauchen die Kühler 2,64 Watt, das heißt zusammen verbrauchen sie dann 5,28 Watt. Und haben dabei 1011 Umdrehungen pro Minute. So sieht der PC dann mit dem eingebauten Testsystem aus. Leiderweise ist mir aufgefallen, dass das Audiokabel etwas zu kurz ist und man es deswegen bei vielen Mainboards nicht hintenrum verlegen kann. Außerdem da 3,5 Zoll Festplatten in die andere Richtung zeigen, zeigen die Anschlüsse dementsprechend in die andere Richtung, was bei gewinkelten Anschlüssen ein kleines Problem werden kann. Allerdings, da der Abstand zum Seitenteil recht groß ist, sollte das nicht ein allzu großes Problem sein. Ich hätte in diesem Video zwar gerne noch einen Test mit reingebracht, allerdings wurde mir das Netzteil zum Testsystem defekt geliefert. Nun muss ich es erstmal einschicken und warten, bis ich ein neues bekomme. Deswegen, sobald ich ein neues Netzteil habe, lade ich dieses Video erneut hoch, aber mit Test. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da es mein erstes Gehäuse-Review war, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr etwas Kritik und Verbesserungsvorschläge darlässt, damit ich diese beim nächsten Mal umsetzen kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.